Musik Bei strahlendem Sonnenschein lief am Mittwochnachmittag die Merel 5 in Wismar ein. Die Merel 5 ist ein Stückgutfrachter und wurde im Jahr 2005 erbaut. Sie fährt unter niederländischer Flagge, misst 82,5 Meter in der Länge und 12,5 Meter in der Breite. Der Stückgutfrachter schafft eine Spitzengeschwindigkeit von 12,7 Knoten, was umgerechnet einer Geschwindigkeit von 23,5 Kilometer pro Stunde entspricht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.